Hallo, Rav Tüteteck hier mit einem neuen Video und zwar möchte ich euch heute die Comics zeigen, die ich mir in diesem Monat geholt habe, von meinem Comic Händler des Vertrauens. Zum einen der beiden Spider-Man-Krävens Letzte Jagd, zeige ich euch mal. Dann habe ich mir noch Peter Parker Spider-Man von Jenkins und Buckingham geholt, der beintritt mit über 180 Seiten, zeige ich auch mal. Und ich habe mir vorhin Ankenny X-Men Cyclops Cat zurückgeholt, von Rosenberg, Bryson, Gomez und LaRocca. Der Band hat 22 Seiten, zeige ich euch auch mal. Ja, diesen Monat habe ich mir drei Bände geholt, weil ich hatte ja noch ein bisschen was auf meinem Gutschein, den ich von meiner Frau zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und darum diesen Monat halt drei neue Comic-Wende. Ja gut, das sind die Comics, die ich mir in diesem Monat geholt habe und jetzt in nächster Zeit lesen werde. Und ich würde sagen bis zum nächsten Video. Okay, super. DAC translated. Untertitelung des ZDF, 2020